so jetzt schön mario kart auf dem sonntag um donnerstag moin moin gucken wir jetzt besser als sechster werden diese russalina weg hinter mich gekommen ja sind wir ja da soll sie auch bleiben scheiße krass da ich immer auf den roten hatte, oh da ist er der war scheiße der pilz, der war toro scheiße das riecht verschwitzt ich merke das schon pilz ist aber gar nicht so schlecht oh ne, das ist ja ein roten ich krieg ne doppel heute bombe immer nach hinten das war du hast ja gesehen wie ich die bombe geworfen hab mit bande auf mich selber ja gut du kannst vielleicht mal ein bisschen aus dem weg gehen danke ja die runde ist verkackt ey was war das für ne bombe da krieg mir noch ganz viel nasenblut in der pakete um elften immer ein doppel durchdrücken nix nur scheiße ja ey diese bombe alter scheiss bombe So, let's go Start verkackt Ey, was bin ich für ein Nu Das sind doch voll die Fehler Habt ihr gesehen? Tausend Leute sind da durchgefahren Ey, so viele Donkey Kongs Das ist ein Meter Geht weg Versuch den so abzuschießen, dass der runterfällt Perfekt Wie ein Profi Endlich mein erster, da wo ich hingehöre Da wollte jemand snipen So, und jetzt kann ich mein Ding Fahren hier Mit so vielen Leuten um mich rum Bin ich immer scheiße Ich brauche auf jeden Fall noch eine Tröte Das wäre echt gut Da kommt ein Roter Ich hab ne Banane Wir sollen sich hier hinten schön bekriegen Schön gehen Ey, das ist Wenn jetzt ein Roter kommt Ich hab schon ein bisschen Vorsprung Aber es reicht noch bei beiden nicht Eine Blaue Bin ich wieder weg Da ist die Rote und ich hab nix am Arsch Aber Rot und Blau Aber Rot und Blau Das war sehr gut Das war sehr gut Wo kommt der denn her? Und der hat noch einen Pilz Geh weg, Alter Dass den ich eben abgeschossen hab Mit dem Roten Hier war das Und der ist wieder hier vor mir Das ist auch krass War klar, da hab ich nur Scheiße bekommen Der ist auch ultra schnell Fahr Ich hätt nen dicken Charakter nehmen sollen Glaube ich Vielleicht soll ich auch mal meine Aufnahme fortsetzen Ist schon Geil Aber auf der Strecke Bin ich gar nicht so schlecht eigentlich Wenn nicht ehrlich Geh weg, Alter Ah, die ist gespiegelt Der fickt mich Das nimmt mich komplett gerade auseinander Triff Perfekt Wie satt der ein Pilz Abschießen oder lieber Safe Ist doch safe, ne? Ich würde das Als mein Anfang so beschissen war Zweiter Gefällt mir Mach ich nächste Runde wieder Und noch einen Roten aber Arsch Bei den ersten krieg ich sowieso nicht Ich versuche einfach Zweiter zu werden Solider Zweiter Ist auch gut Schillen Warum zwei Platzschillen Geh weg mit deinen Feuerkugeln Geh weg mit deinen Feuerkugeln Geh will niemand Ich hab zwei Rote Soll ich die mal schießen? Ich weiß nicht Hat er schon so einen Vorsprung Eine random Grüne Ich hasse mein Leben, Alter Da ist diese scheiß Rotorina Ich fuck ab, Alter Aus uns aus Versehen Die Grüne geschossen Ey, was soll diese Rote hinter mir? Ey, wieder Ey Ja, Katz ist da Katz ist da Aber merkt sofort Keine Japan Lobby Zack, erster Ah, ich weiß nicht Was die Japaner frühstücken Aber die sind einfach viel zu krass Die spielen da Richtig um ihr Leben Die spielen da richtig um ihr Leben Hier weg mit dem scheiß Roten Hier weg mit der Banane Trotters Drei Grüne Das ist sehr gut Und die Mönche Geil Wer packt da eine Banane Frechheit Bisschen Vorsprung Sehr gut Wie eine scheiß Banane Zwei Grüne haben wir noch Nein Ich hab doch gerade nach hinten geschossen Ey, jetzt reicht's aber Ey, wie viel hat der denn? Wenn ich jetzt wieder auf den letzten Metern verkacke Hab ich keinen Bock mehr Geh weg mit deinem scheiß Roten Das bringen wir nach Hause Gut Vorsprung Egal was kommt Zack Das ist es Boom So Auf jeden Fall einen guten Start Zack Geh weg Kein Item Perfekt Ey, ich hätte auf jeden Fall einen dickeren nehmen sollen Ich bin zu alarm Links ein Item bekommen Geh weg mit der Roten Will ich nicht Will ich nicht Ey, wer hat denn da Feuer? Feuer Ich hab drei Feuerkugeln abbekommen Dann krieg ich einen fucking Geist, Alter Kein Item Perfekt Ich spüre auch recht, ich scheiße Ich muss gleich Kontroller mal laden Haha Höh? Anzeigefehler Soll ich ihn abschießen? Er hat's ja eine Banane Ey, diese Rosalinas Wieso spielen denn so vieles? Das ist Metal irgendwie Wieso Mian? Wieso Mian? Kommt auf seine scheiß Banane, Alter Geweckt, Ritter Oh, ein Doppel Gutes Doppel Kommt auch kein Blauer, ne? Haben wir nie Blauer Geiler Roter Da kommt ein Blauer Nicht auf mich, geh weg Boom Der letzte Kurve Das ist es